Okay, 3, 2, 1 Wart geht aber hier ganz schön, die willkommen zurück zu einer Verkauf Yeah! Fest! Breakfast! Ich spiel Klo! Oh, das ist der Peter! Tschüss! Nein! Nein! Was war Peter? Nein! Oh, das war Sepp! Also, ich muss sagen, der Manta, der hat ja einen Sound, ey, Junge! Alter, ich flieg immer noch! Du fliegst immer noch? Oh Gott! Der ist jetzt Peter! Oh Gott! Oh Gott! Alter, der Bus hat mich instant in meinen Arschloch gefickt! Ich zieh gleich den Nitro! Moment, wo geht's? Läuwe! Man muss abbiegen! Ich bin nicht so schnell! Aber es ist eine Rechtskurve! Ja, man muss abbiegen! Alter, der Bus hat mich so gefickt! HAPPY! Tut nicht! Nein! Alter! Fick dich Peter! Hä, was hab ich denn gemacht? Du hast dich weggeschoben! Hä, HAPPY hat mich weggeschoben! Ich lass dich mal lebe! Oh mein Gott! Oh, nein! Ich kann malgonenlemmen werden! Ich bin tot! ich hatte doch ja das wird hart von miser vollidiot alter bram du machst ja ein abgang ich weiß dass sich so rechnen wird wie kannst du doch viele leute zu geben wie kannst du bei der aktion 6 was aber eigentlich ist halt geil auf coca ich hab zum vorn und hinten panzerungen damit wenn mir einer von vorne ramt wir gar nichts aber jetzt gerade ripp fest seite dann nicht panzerung aber seite passiert ja auch schon mal klar aber ich meine die leute kommen von vorne weil sie umdrehen ja das ist schon richtig ich habe noch kurz bram zuhören schlecht gerade versuche gerade platz drei aber ganz schön mein wagen zu können das wird jetzt übel für dich der brust der macht aber auch alles weg der brust ist auch für killing spree der bus kann endlich weg sein ich habe angst hat er mich okay er hat keinen bock auf dich ok aber auf rockstar Der Bus sucht sich sein Ziel auch ganz genau auch sehen. Ich habe gerade mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Ui Hippie. Ja okay aber das war aber gerade sehr exciting Peter. Okay okay okay. Zwei Ründchen. Ey ich habe mir aber echt gut aufgeholt vom letzten Platz auf sieben. Aktuell noch und wieder Peter vorbei. Hallo Peter. Er hat ein bisschen Angst davor vor dem Bus. Nee Bram. Nein. Ach komm Bram, das wäre deine Chance gewesen. Für was denn? Für den ersten Platz. Nein. Da hat der Bus einfach hingebumst. Und der Bus sagt ne. Aber der Bus hätte dir auch überhaupt erst die Chance gegeben. Ach du Scheiße. Der Bus ist on fire. Wieso lebt der eigentlich immer noch der Kackbus? Jetzt sind sofort tot. Ich glaube das dürfte es gewesen sein ja. That's it. Bus out. Oh die Sau. Oh Jay. Oh der hat einen Fehler gemacht Bram. Eiferracks hat einen Fehler gemacht. Ja. Jetzt muss aber los. Der hat mich echt noch berührt. Der hat mich so richtig angeberührt. Der will dich. Der klebt dir am Arsch Jay. Oh nein. Ich musste ihm halt ausweichen den Leuten. Oh Bram. Der ist in die Bande gefahren. Der ist in die Bande gefahren. Der ist in die Bande gefahren. Oh Bram. Der ist in die Bande gefahren. Oder hat der einen technischen Fehler oder? Ich meine der ist einfach gerade ausgefahren. Ja. Alter. Was für ein Überholmanöver. War schon krass von mir ne. Krass. Der fällt ab zwei Kampf. Aber wirklich. Ich glaube der hat einen technischen Fehler. Der ist mittlerweile dritte. Du warst ja vorher auch dritter. Ne. Der fällt aber hinter dir. Oh Bram. Oh Moin. Oh Dominik ist auf den Fernen. Ach nicht Dominik schon wieder. So Mr Fitz alter. Alter. Hab ich jetzt schon dreimal weggesnackt. Oh. Immer noch eine Peter. Manöver. Jetzt macht er einfach den armen Manöle weg. Alter der Busch steht ja mal richtig scheiße. Als wenn ich da jetzt hinten so zwei Mücken am Arsch habe. Alter dein Kopf ist total zerdrückt. Das sieht ja witzig aus. Da geht aber noch was. Shit. Oh. Alter der wollte da aber deinen Arsch. Alter da haben wir den. Jetzt wollen sie aber alle. Junge. 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 Oh Bram. Das war gut. Das war wirklich gut. Ich hab mehr Leben als hier. Nein. Wer alles. Alpharex kann sich nicht. Kann sich nicht rantrauen. Der ist bei jeder Kollision tot. Oh Dominik. Oh das war knapp. No 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 no. Alter die Mückenhänge so abtanzig. Bram du schaust aus. Das ist unangenehm. Alter was soll das. Ähm. Bram? Ja. Ähm. Bram Taktik auf jeden Fall. Und die ist aufgegangen. Ja ich wollte grad sagen. Hä wie konnte das denn jetzt klappen. Oh. Doch. Nein. Oh Gott. Jungs nur nicht. Oh mein Gott. Reicht eins. Ein Zopp ey. Das war so knapp. Holy shit. Ich dachte wenn ich bremse und einer in den Bus reinfährt dann ist der vielleicht tot. Das war so knapp. Und dahinter fliegt Christian. War das Christian? Ich bin auch immerhin angekommen. Hast du dich im Glück 4? Das ist okay. Aber Alpharex ist noch Zweiler geworden. Und Domi ist drin eigentlich. Krass. Das war ein richtig geiles Battle. Wow. Hahaha. Okay da ist Jey bei mir gerade auch gut geflogen. Eine ganz letzter bin ich. Ey das ist doch ein Witz. Alter fährt das AT mit. Oh Mann Nele fährt direkt mit dem Bus. Ich hab Kid dabei. Oh warte mal. Oh nein ich bin außen. Neeee. Nee das ist jetzt nicht gut. Oh durch 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 durch. Aber er ist schlecht. Oh jetzt hier in 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 in. Ja genau. Ja richtig gut rausgekommen. Happy ich tüte dich. Ach warum wollt ihr alle mal an meinem Arsch. Alter willst du mich verarschen? Was war das denn? Oh Mann. Oh oh. Das war scheiße. Oder ist aber jemand dagegen gefahren. Oh Christian Decker ist ja nice. Ist er, ist es, ist es, ist es Kid. Nein. Sieht aber ein bisschen so aus. Ja. Hey hey. Nobu no no. Ach das ist gar nicht hier mit Kreuz ne. Die Strecke. Ne ne. Ne ne. Das ist nicht der Teil. Das stimmt immer so weil er die, die strecken in verschiedenen. Leute wie hat der das denn gemacht? Hä? Du hast immer gegen die Wand gefahren der Dominik. Was war denn das? Alter wie Happy dieser kleinen Kaka so gut ist. Alter ich bin der Drifter. Oh was so. Du suckst Balls. Oh der Bus. Oh Gott. Oh. Als ob Happy da so gut rausgekommen ist. Nein wer dreht dich denn da? Ach komm leck mir doch die Cojones. So Happy. Bitteschön. Ciao Sepp. Ne egal ob ich jetzt erster werde oder doch nicht. Hauptsache du fliegst einfach. Oh man ich war so gut dabei. Komm Happy komm. Ja. Komm Happy. So jetzt leckt es leider ein bisschen. Oh oh. Ich hab mich doch in die Bande gefahren. Happy ich komm wieder. Alter. Oh kacke. Wer hat denn hier seine ganze Karre verchromt? Wie heißt die ist das denn? Ja genau. Fand ich mal gegen die Baum. Finde ich gut. Finde ich gut. Hans Dieter. Was war das denn jetzt ey? Habt ihr das Auto von Papa Platte gesehen? Nee. Fuck. Nein. Der hat so einen richtigen Billo. Ich glaube kein AVW Polo oder sowas. So richtig alten. Und hat den mit Glurak folieren lassen. Was? Wie ne? Das sieht super lustig aus. Das ist ja cool. Oh da vorne ist Brammen. Nee. Da kommst du nicht. Ich hatte vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit. Nee. Aber gar kein Thema. Das war 10 von 10 guter Move. Ach man Nele alter du stehst den Weg. Bäm Junge. Ah ne Sepp. Das lass ich dir nicht durchgehen ja. Mit deinem komischen. Mit deiner Mooskarre da die du da hast. Oh shit da bin ich ein bisschen schnell. Oh ne nicht gut. Gar nicht gut. Ist Peter schon raus? Der ist so ruhig. Ne ne ich bin 13. Ich muss mich vorkämpfen. Ich wurde ein bisschen fertig gemacht. So Sebastian Lenzen alter. Oh ne Brammen. Anton. Jetzt aber schnell. Komm wir sind. Wir sind noch Freunde oder? Hey Junge dann kriegst du wieder. Ich sag jetzt ja. Ich hab mich nur verbrennt. Oh Brammen hat einen Fehler gemacht. Ne ich hab keinen Fehler gemacht. Ich bin durchgereicht worden. Oh Scheiße. Hier ist dieser Brammen da einem voll im Weg. Bus? Brammen Bus? Christian hast du mich gerade überrundet? Ne du hast mich überholt. Ok. Nein. Oh mein Gott. Was macht die Leute hier kaputt machen? Oh Gott. Wer ist mir denn da so hinten rein gefahren? Wieso kommen mir denn so viele entgegen hier? Warum leckt er da eigentlich die ganze Zeit? Das ist schlecht. Oh. Oh yeah. Die neisten Drifts am Start. Und bei dir Brammen. Ja man. Easy. Oh nein. Du bist auch noch gleich von Manele gebumst. Ja Manele? Das ist die letzte Runde ne. Da muss man sich ja mal ran halten gegen Sepp. Der fährt ganz gut. Der Bus hat gerade die Ziellinie passiert. Also dem ist auch klar, dass die letzte Runde ist. Oh oh. Kap 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 kap. Oh da ist der Bus. Oh ausgewichen. Schade. Well played Sebastian. Da ist er. Der erste Platz. Good Job. Schmeckt. Bislang hat jeder von uns immer gewonnen. Wichtigste ist, ich bin vor Brammen. Bist du dann auch vor Brammen? Wie hast du das denn geschafft? Schade. Ist okay. Ja ich bin durchgerecht worden. Der ersten auf den fünften. Ist okay. Alter was geht denn da Christian? Was macht ihr denn da? Ich war einfach nur Leute kaputt. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich auch erster, zweiter oder dritter geworden. Voll das Knuddeln hier an der Ecke. Ich hab dich vorne mit Happy gekebbelt. Dann war ich überhaupt nicht dritter. Keine Top 10 belastend. Aber dann war auf jeden Fall wieder so einer dieser Momente. Wirst gedreht und dann fährt dich jemand von hinten voll weg. Und dann die Fresse Happy. Du hast angefangen. Happy lässt halt seinen ganzen Schalke-Fußern und Dortmund dann raus. Was? Er kann das verstehen. Ich verstehe das nicht. Nice. Ich weiss das jetzt spielen. Richtig übel jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Sechs Busse? Ja nice. Fahren die erstmal zurück. Alles klar. Machen wir. Alter erstmal die Busse umwerfen. Finde ich gut. Das ist wie Kühe. Das ist wirklich wie Kühe schubsen. Also mir hat das viel Schaden gemacht gerade. Ich glaube bei dir ein bisschen mehr. Happy. Ciao. Oh Gott. Welcher Bus klebt mir denn hier am Arsch? Mach mal einen Abgang. Ungefähr jeder. Oh das ist Happy. Happy. Alter wie die Busse hier reinrammen. Alter. Oh das war knapp. Oh mein Gott war das knapp. Ja genau. Alter was passiert hier mit dem Busse? Einfach weiter schieben. Irgendwann sterben die alle. Happy kommst du hier nicht vorbei. Hahahaha. Oh der hat getankt. Der LKW hat getankt. Oh der ist sauer. Happy ist richtig sauer. Oh nein Happy hat mich umgehauen. Oh shit. Drei Fahrer. Zehn Fahrer Rückberger. Not so happy oder was? Ne. Not so happy. Der war nicht gut. Alter mit soviem Busse ist der komplett alt. Ich bin über den Bus gesprungen wie. Crazy. Oh Peter dir geht es aber auch nicht mehr so gut. Kann das sein? Ja nicht mehr perfekt. Oh da kommt ein Bus. Die Karre ist schwierig zu steuern die ich habe. Aber die hat Power. Oh da kommt doch ein Bus. Also zum Leute wegstipsen. Oh Mist das war nicht nice. Alter fest gestackt. Alter Branden da frisch einschieben. Oh shit. Oh. Geht gerade nicht. Oh bus 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 bus. Ich bin dran vor Jay entier. Der macht den Wies und frei. Buss bus 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 bus. Nein. Oh mein Gott. Nein Bus eh. Äh. Schnell wieder nach Jay. Da ist noch das Top 10 drin. Ich nehme einfach den Bus als Windschatten. Das ist nice. Ja das ist smart. Nee. Oh da tut weh oder? Da ist jetzt. Oh Mist. Das war nein 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 nein. Nein, 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 nein! Nicht so viel Leben verlieren! Ahhhh! Das ist eine Kackpusse! Dich nehme ich nur mit, du Arschloch! Bleib hier! Meine Karre hat gesackt! So? Hä, wieso? Nein, das hat irgendwer anders Club-Mate geschildert! Oh Mann! Nein, warum? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der hat sich umgeschoben! Ohhhh! Jawohl! Club-Mate ist halt stark! Ich glaube Club-Mate! Ich glaube, er heißt Club-Mate! Wieso das denn? Das kann auch Club-Mate sein! Ich glaube auch, es ist Club-Mate! Ich glaube, es ist Club-Mate! Ja, aber wie kommst du denn dann auf? Weil Anton Club-Mate heißt! Der hat ein Club-Mate-Bild! Was ist denn Anton? Oh mein Gott! Komm bitte ab! Halt ihn aus! Jaaaa! Ich hab gewonnen mit dem Bus! Ich hab gewonnen mit dem Bus! Als ob! Jaaaa! Als ob er mit dem Bus geschlagen! Ich hab mit dem Bus gewonnen! Ach, als ob! Nice one! Jaaa! 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 Das ist ein Spiel mach ich weg! Bam! Oh! 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 Nice! Jayhard Erster geworden! Bedankt! Bis dann! Wir haben alle drei Siege! Wir haben drei Siege! Drei Rennen! Möchten wir einmal festhalten hier, ne? Nice one! For the win! Und machen wir mal! 2 2 3 6 4